Gut, weiter geht's. Wir könnten bald dann hier drauf weitergehen. Ruf die wir jetzt haben, können wir auch wahrscheinlich ohne weiteres da kurz mal die Löwen wegmachen. Und ein bisschen Beeten hinterher drücken. So, jetzt könnt ihr alle vernünftig arbeiten. Das hier wiederum wird so nichts werden. Buchen Eisen. Haben wir Eisen? Wir haben genug Eisen, damit wir uns zwei Trupps Bogenschützen leisten können. Richten wir unsere militärischen Anlagen erstmal hier ein. Korrigieren wir die Straße nach. Warum ist die Straße eigentlich so ultimativ verkrüppelt? So, besser. Sofort. Eins, zwei, drei und vier kleine Bienenstecker. Zwei erschöpfte Steinbrücher. Sehr gut. Absoluter Holzmangel, weil hier nichts funktioniert. Wer überfordert mit seinem Leben ist. Und wir aus irgendwelchen Gründen schon wieder 143 Steine haben. Wo kommt die schon wieder her? Wie dem auch so sei. Reguläre Geschwindigkeit. So. Die Stadt fühlt sich jetzt sicher. Da ist doch schon irgendwas nicht territorial. Egal, das Gebiet ist jetzt auch sehr tief. Also es ist halt in unserem Besitz. Wie gut ist es sicher? Ist jetzt eine andere Frage. Gegen willkürliche Angriffe wird es sicher sein. Nicht gegen entschlossene. Na ja, kommt dann halt so. Das ist schlecht angedacht. So. Ausbau. Weil wir jetzt einen Kleidungsmangel kriegen. Mehr als genug Wild haben. Okay, gebt mir diese Bogenschützen. Sofort. Seht ihr diese Löwen? Ich will sie nicht mehr sehen. Ich habe eine Idee, wie wir sie verlustlos beseitigen können. Alles klar. Verstanden. Stürmt die Mauern! Wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ich gebe liegen Gänse-Steine aus. Wenn es bedeutet, dass unsere Bogenschützer nicht am Leben bleiben. Auf die Mauern, Männer! Ich will sie nur nicht mehr sehen. Es gibt kein Zurück! Angriff! Angriff! Nicht aufgeben! Nicht aufgeben! Kämpft weiter! Was ist das? Das scheint es gewesen zu sein. Verstanden. Schon unterwegs. So. Auf euren Befehl. Ei. Jetzt werde ich kein Wort mehr hören von wütenden Löwen. Zum Angriff. Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Ei. Sofort. Schon unterwegs. Zum Angriff. In den Kampf. Es gibt kein Wurzeln. Ich muss mich in die Wurzeln. Natürlich ist einer verreckt. Ei. Schon unterwegs. Schweißend verreckt. Schon unterwegs. Natürlich musste das passieren. Da gab es keinen Weg dran vorbei. Weil die einfach mitgerannt sind. Na gut. Das Lagerhaus ist voll. Alles klar. Verstanden. Irgendwie kriegen wir es da gerade gebogen. Irgendwie kriegen wir den einen Bogenschützen, der war los geworden. Es muss natürlich auch ganz einfach zwei sterben. Schon unterwegs. Könnte natürlich nicht den Anstand haben, zumindest noch einen dritten hinterher zu werfen, damit unsere ganze Bogenwirtschaft hier nicht nach hinten los geht. Ist das Lager auch schon da voll? Dann ändert das. Wir können viel mehr Holz rausziehen. Also. und jetzt wo wir auch beamen bereits kriegen können wir vielleicht mal die erste taverne setzen die zweite kommt dann nach hier hin schon unterwegs hier rechts das gebiet jetzt noch also genau auf die art und weise wie ich nichts wollte das passiert jetzt toll bereits ein so fort so Das wird es regeln. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter umschauen. Alles klar. So. Jetzt werden wir mit den Straßen ein bisschen rumspielen. Wir sind hier halt ein bisschen verwinkelt. Aber ich denke, damit können wir leben. Alles klar. Es passt jetzt halt so ein schöner Komplex gut zusammen. Oh, wer hat es gesagt? Barzai mag uns nicht. Kühe und Wolle. Befehl verstanden. Aber wozu Hölle kriegen wir Schafe her? Sofort. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Kein Schafdiebstahl begehen. Oh. Hier war mal ein Dorf. Befehl verstanden. Ei. Alles klar. Sofort. Sofort. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Auch Schafe. Jawohl. Jawohl. Hier gibt es Schafe. Befehl verstanden. Sofort. Schon unterwegs. Das ist im Endeffekt so ein Schafe für uns gar nicht so schwierig zu bekommen. Wir müssen einfach nur diesem Weg weiter folgen. Und den Außenposten hier oben einfach befestigen. Ei. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Ei. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Jawohl. Sofort. Befehl verstanden. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Wir haben ja die Mittel und Wege unsere... Wir haben ja auch die Mittel und Wege hier eine Straßenanbindung ans Dorf zu kriegen. Das ist was auf jeden Fall erfreulich sein wird. Ei. Sofort. Wir haben ein Territorium eingenommen. Befehl verstanden. Schon unterwegs. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Befehl verstanden. Ei. Auf euren Befehl. Gut. Achso. Dann können wir dem Pfad weiter folgen um die Schafe zu kriegen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Die dann sogar einen sicheren Weg haben werden und nicht gefressen werden unterwegs. Das wird auch schon was wert sein. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Ganz wie ihr wünscht. Ausbau Alanda kann zurückkommen Wir können unsere Scharfarmen hier einlegen an diesem Grenzgebiet Hier haben wir direkt Wasser und alles Und da eilen sich die Schafe schon Wird nicht befördert Ich werde mein Bestes geben Euch zu dienen Immer So Hier haben wir Wild Dann können wir hier Holz hacken Wenn die Schafe unterwegs sind Hier kann ein Wild gejagt werden Okay Okay Wir können noch ein bisschen mehr Nahrungsmitteln schaffen Aber ich werde erst mehr Kleidung Bad Haus wird gebaut Ihr habt genug Also regt euch nicht so auf Ein Imker hat keine Bienenstöcke Das ist gelogen Aber wenn er wirklich so paranoid ist Noch einen Weil der hier nicht Ah verstehe Sekunde Das liegt daran Dass der hier zu eng dahinter steht Und dementsprechend nicht genutzt werden kann So Jetzt hat er Zugriff drauf Und wir geben einen Fünften Und er möge sich einkriegen Hier kommt ein Weber Oh die sind gar nicht mehr ausgebaut Genau so wenig wie die Dinger hier Hier haben wir sogar noch ein Fisch Ein Fisch vorkommen Das wir noch nicht genutzt haben Aber wir haben sowieso schon zu viel Fisch Wir brauchen ein bisschen Holz Nachschub Auf euren Befehl Weil wir jetzt eine ganze Menge Zeug ausgeben werden Wir brauchen unsere Bogenschützen auch Wir müssen diese Löwen unterwegs ausschalten Nicht dass sie auf blöde Ideen kommen Ja wir werden dies jetzt umgleich einnehmen Und hoffen dass die Schafe dann dem Weg folgen Aber falls sie es nicht tun Darf die Idee kommen Dass Luftlinien eine bessere Idee wäre Werden die von den Löwen zerflascht werden Und das wollen wir nicht Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen Ah sehr schön Ein Karren mit Rohstoffen So Ausbau versteht sich Unsere Massen an Eisen können wir auch noch In eine Belagungswaffenschmiede reinsetzen Wir können uns ohne weiter So einen weiteren Räucherer leisten Wir könnten uns einen weiteren Räucherer leisten Wenn wir nicht das Ziel damit schon längst erreicht hätten Hoppla Das ging irgendwie erschreckend schnell Mit dem Ziel Limit So Ah das ist eine Holzverschwendungsruine Nein das ist eine Ruine in der es noch 50 Tacken gibt Okay Nehme ich Ist gesichert Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein Ein hoffentlich gut zu verteidigender Ausposten Und dieses komische Dorf können wir auch mitnehmen Einfach um es zu besetzen Weniger Eisenmine die es hier gibt Auf jeden Fall dass die jemals davon relevant sein wird Ei jawohl Ei 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 Alles klar Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein Befehl verstanden Die haben ein Eisenmine wird bald erschöpft sein Die haben ein Eisenmine wird bald erschöpft sein